WTF? Warum ist hier kein Hellstone? Wollte ich mich verarschen? Achso, kann ich vielleicht gar kein Hellstone auch sein? Ne, hier ist kein Hellstone. Ist jetzt hier Hellstone? Ja, zwei Stück. Super. Mit Bomben kann man es also anscheinend nicht abwarten. Langsam ist unser Schwimm-Potion auch weg. Also nicht nur langsam, sondern es ist weg. Da man sich so grandios im Wasser sehnt. Da ist ein Shadow-Chest. Haben wir es. Oh, wo kommt er, wo kommt er, wo kommt er? Von unten, von unten. Und tot. Wir haben Sunfury. Das Belunca nehmen wir mit, dafür haben wir das hier weg. The Elder Restoration Potion kann weg. Sunfury nehmen wir natürlich mit. Äh, was hält sich denn da durch? Die Truhe nehmen wir auch wieder mit. Sunfury gerade. Flutsch. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch Hellstone fahren. Bin ich gerade mal so der Meinung. Ich wüsste echt nicht mehr, was wir noch in diesem Spiel erreichen können. Okay, wir könnten unseren Grappling Hook noch verbessern. Da oben ist Jungle. Wir könnten noch die Molten Armor definitiv aufbessern. Also, die Molten haben wir erstmal bekommen. Weil die haben wir ja auch noch gar nicht. Die Pickaxe braucht man noch. Es gibt hier noch die eine oder andere Truhe, die wir noch nicht haben. Bin ich gerade mal so der Meinung. Dann können wir noch das. Die Night Edge bekommen, das Night Edge. Boah, wie viel jemand denn ist. Da oben ist eine Binet. Ah, mein Irinskin ist abgelaufen. Dann will ich hier dringend mal weg und meinen Spiegel nutzen. Sonst verlieren wir wieder das gesamte Gold. Flup, wir haben noch zwei Leben. Zwei Leben, ey. Ach du knappe Kacke. So, was kann ich jetzt mal kurz weg? Stone Block haben wir genug. Zwei Leben. Boah, wie viel Gold wir schon haben. 55. So. Hier kommen wieder Sterne rein. Hier kommen Bars. Äh, gar nicht. Da kommen Bars rein. Server. Shadow Chests. Das Belunke Pushen. Alter Falter. So, hier packen wir erstmal die Waffen raus. Das definiere ich jetzt hier auch gerade mal als Waffe. Äh, so. War Ex. War Ex. Darklands verhalten wir. Blue Moon kommt hier erstmal mit rein. Magic Missile kommt hier erstmal mit rein. Dafür behalten wir die Flower. Der Bogen kommt hier erstmal mit rein. Äh, was haben wir noch? Demon Size verhalten wir auch. Dafür kommt die Flower weg. Äh, Star Fury kommt weg. Dafür haben wir jetzt Demon Size. Das behalten wir. Das behalten wir. Das behalten wir. Das sind gerade Pods. Der Meteor Hammer kommt hier rein. Darklands nach oben. So, sieht doch schon mal krass aus. Life Crystal. Hier gibt einer 20. 20 mal neun sind hundert. Achtzig. Kann man das hin? Bestimmt. Dynamit haben wir. Pfeile haben wir hier noch. Bounce. War mit dem Bounce jetzt reingepackt, ey. Kopfweb haben wir auch wieder 2. Kopfweb kriegen wir wie jedes Mal. Hurlstone haben wir ein bisschen. Aber ich fand das weise ausreichend für irgendwas so wirklich. Meteorite. Pink Brick. Bombs. Bombs. Benutzen wir gleich mal alle. Irgendwann hatten wir doch noch mehr Bomben. Bin ich der Meinung. Irgendwo. Keine Bomben mehr. Die Bounce drin. Bounce. Bounce. Hast du das schonmal so ein Bounce? Zaumkross. Du 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 du. Nee da machen wir uns. Ist doch auch der Meinung wie. Hier sind wir 2.000 Stück davon. Krasse Scheiße. Das ist äh. Das ist äh. Da ist alles so schön. Schwerst. 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 Das ist nicht das. Das ist immer wichtig. Durchsimpfern aber immer nicht, aber lange dauert es nicht mehr. Holt es Mirror benutzen, dann holen wir es mal kurz ein bisschen Dynamit oder so. Wo ist denn der Demolisher? Ich hasse es. Da brauchen wir eh Geld. Kult, 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 Kult. Kopp. 50 Silber. Sollte für ein kleines Stückchen reichen. So, mein restliches verbleibendes Gold. Ich finde wir sollten erstmal irgendwohin dieses scheiß Wasser ablassen. Weil ich bin der Mann, wenn da Wasser ist, macht das weniger Wumradius. Das ist doch nicht viel, das ist doch gar nichts. Ich finde wir bräuchten ja auch mal nicht drin. Haben wir gerade Fackeln irgendwo? Natürlich haben wir Fackeln irgendwo. Da unten könnten wir haben Klausticks. Bufatschka! Machen wir uns doch wieder ein Lichtloch. So, jetzt haben wir die Luft. So, jetzt einfach nur noch nach unten. So, Luftloch. Und wieder nach unten. Ey, wie weit ist das denn hier noch? Wollt ihr mich verarschen? Ja, das war ja ein riesengroßes Loch. Aber da haben wir gleich wieder ein Durchbruch. Wie gesagt, wir fluten aber auch unsere gesamte Höhle. Hat schon immer gut geklappt. So. Durchkommen muss ich hier auch wieder. So, wir werden jetzt erstmal gucken, ob wir auch gerade fallen. Na, tummelt ihr euch da, ihr Kleinscheißer? Wie gesagt, das werden wir alles in die Hellward reinleiten. Ich dachte lustig, dass wir das alles in die Hellward reingehen. Dann haben wir erstmal keine Obsidian-Probleme mehr. So, jetzt können wir uns hier erstmal wieder... Ich schätze mal, wir müssen hier durchbuddeln. So, mach mal doch mal. Machen wir doch mal. Bum 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 bum. Äh, wo sind denn die Fackeln? Da sind die Fackeln. Was macht denn da ein Scheiß-Skelett? So, das wäre dann hier. Krieg ich bitte mal eine Fackel? Ja, hab ich ja gut abgebaut. Muss man ja mal sagen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich weiß wo wir sind. Ich weiß auch wo wir jetzt das Wasser mehr oder weniger hinleiten werden. Ah, da stehen wir also. So, hier kurz reinbuddeln, damit wir gleich wieder atmen können. Haben wir. Haben wir. Moment, ich muss kurz mal gucken. Weil ich wäre wie gesagt das Wasser in der Herbold-Light. Und nicht irgendwie, keine Ahnung wohin. wo wir dafür denn landen müssen. Okay, ich weiß wo lang wir müssen. Wir müssen nach da. Jetzt assignen sich dann. Du bist das Wasser EscНüğ. Du bist das Wasser nichtherziert. Du bist das?